Der hat mir hier sein Video geschickt, wie viele Star-Punkte er für 30.000 Pokale bekommen hat, Freunde. Also haltet euch jetzt fest, wenn ihr wissen wollt, wie viele Star-Punkte man einfach mal für 30.000 Pokale bekommt. Es gibt jetzt in Brawl Stars einen Creator-Code. Trage jetzt im Shop den Creator-Code Clash Games kostenlos ein und unterstütze mich bei deinem nächsten Kauf. Fette Grüße gehen raus an jeden, der meinen Code im Shop verwendet. So Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ich habe heute etwas richtig, richtig Krasses für euch vorbereitet. Wir werden uns heute richtig krasse Season-End-Rewards angucken. Ihr habt ja vielleicht mein gestriges Video gesehen. Ich wurde auf knapp 15.300 Pokale zurückgesetzt. Ich habe die letzte Saison nicht gerade so viel gepusht und allgemein auch keinen Brawler wirklich so hart hochgepusht, dass ich richtig viele Season-Rewards bekommen habe. Aber ich habe heute richtig krasse Season-Rewards, wie gesagt, in diesem Video mit dabei. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe insgesamt 12 Season-Rewards für euch mit dabei. Bevor wir jetzt aber anfangen, falls ihr solche Videos feiert, wo ich euch einfach mal irgendwie so ein paar Rekorde aus Brawlers vorstelle. Ich meine, so Season-Rewards ist ja mal was, was gar nicht so oft vorkommt, nur alle zwei Wochen. Dann lasst auf jeden Fall auch mal wieder einen Daumen nach oben. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, Freunde. Lasst uns einfach mal probieren, auf diesem Video 3456 Daumen nach oben zu erreichen. Der wäre auf jeden Fall mega, mega nice. Und abonniert auch auf Ehren-Bruder-Bars einfach mal kostenlos meinen Kanal und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr kein neues Brawlers Video mehr verpasst. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, tragt auch gerne meinen Creator-Code Clash Games bei euch im Shop ein. Falls ihr euch irgendwas gönnt, dann könnt ihr mich damit kostenfrei auf Ehren-Bruder-Bars supporten, Freunde. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Los geht's! Ich habe leider von nicht allen Leuten, von denen ich euch hier die Season-Rewards vorstelle, eine Information, wie viele Pokale die vorher hatten, sondern nur bei ein paar. Und diese Informationen gebe ich euch dann mit dazu. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen direkt an mit dem allerersten Season-End-Reward. Übrigens, ich fände es auch mega, mega geil, wenn die Season-End-Rewards sich nochmal ein kleines bisschen verändern würden, dass man nicht nur Star-Punkte bekommt, sondern auch noch irgendwie Gold oder Juwelen mit dazu. Ich bin der Meinung, Star-Punkte gut und schön. Man kann sich davon auch geile Sachen holen. Aber es wäre halt auch mega, mega cool, wenn man irgendwie noch ein bisschen Gold oder James mit dazu bekommt, je nachdem im Verhältnis, wie viele Star-Punkte man am Ende der Saison bekommen hat. So, der erste Kandidat, der hier Star-Punkte eingesendet hat, hat 1.070 Star-Punkte bekommen. Am Ende der Saison hatte dieser Kandidat 17.200 Pokale ungefähr. Übrigens, ihr könnt mir gerne auch mal per Instagram immer eure Season-End-Rewards schicken. Das heißt, wenn ihr die bekommen solltet, entweder macht ein Screenshot davon oder nehmt das Ganze per Videoaufnahme auf, damit ich das im nächsten Video einblenden kann. Und ich würde sagen, 1.070 ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich solide. Der nächste Kandidat, der hat auch richtig hart rasiert. Und zwar einfach mal 2.130 Star-Punkte. Der hat hier unter anderem für Mortis 200 Punkten, dann für Shelly 120, für Bull 120, für Piper 120, für den Boxer 120, für die Kneipenschläger und auch 120. Die anderen Sachen sehen wir nicht, aber es ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich stabil, würde ich einfach mal sagen. Aber Freunde, jetzt geht es einfach mal schon mal richtig krass los. Und zwar auch schon mal ordentlich viele Star-Punkte. Hier habe ich leider keine Information, wie viele Pokale dieser Typ am Ende der Saison hatte. Ich würde jetzt auch ein bisschen mehr als 21.000 schätzen. Vielleicht so 23.000 Pokale, so ungefähr, kommt halt darauf an. Ich sehe jetzt hier nicht, für wie viele Brawler er noch Star-Punkte bekommen hat. Aber er hat hier einfach mal am Ende der Saison 3.530 Star-Punkte bekommen. Unter anderem 240 für Poco, dann für Raiko 200, für Mortis 200. Dann sieht man hier auch noch Piper, aber leider für die auch nicht mehr die Anzahl, wie viele Star-Punkte er bekommen hat. Aber ich würde sagen, das auf jeden Fall auch wieder ziemlich, ziemlich solide und nice Star-Punkteanzahl. Die nächsten Star-Punkte sind in Form eines Videos festgehalten. Dieser Kandidat hatte auch über 20.000 Pokale. Keine genauere Angabe dazu, aber hat geschrieben, I got over 20.000 Trophies at the end of the season and this is how many Star-Points I got. Also ich habe am Ende der Saison über 20.000 Pokale erreicht. Und das sind so viele Star-Punkte, die ich bekommen habe. Und haltet euch jetzt einfach mal fest, gönnt euch, wie viele Star-Punkte er bekommen hat. Alter, das ist auf jeden Fall richtig, richtig crazy. Der hat hier ordentlich reingehauen. Ihr seht hier richtig viele Brawler, auch einfach mal so über 800 Pokale. Und am Ende der Saison hat er einfach mal 4.160 Star-Punkte bekommen. Und am Ende der Saison, beziehungsweise nach Season Reset, hat er immer noch 15.450 Pokale. Ich muss sagen, auf jeden Fall stabil. Richtig viele Star-Punkte am Ende der Saison hat er hier bekommen. Richtig, richtig nice Sache. So, jetzt haben wir wieder leider keine Angabe, wie viele Star-Punkte der Kandidatin bekommen hat. Aber er hat auch 2.420 Star-Punkte bekommen. Und da muss ich auch sagen, richtig, richtig stabil. Freunde, wir haben ja auch noch richtig krasse Kracher mit dabei. Weiter geht es mit einem, der 3.610 Star-Punkte bekommen hat. Ihr seht hier für Mortis 240, für Bo 200, für Shelly 200 und auch für Leon, Penny und Dönermike 160. Allein das, was hier eingeblendet wird, sind fast 1000 Star-Punkte. Auf jeden Fall richtig, richtig krass. So viele Star-Punkte am Ende der Saison würde ich auch auf jeden Fall gerne mal haben. Und es geht natürlich stabil weiter, Freunde. Hier im tatsächlich alten Star-Punkte-System. Und zwar noch vor diesem krassen Update, wo man jetzt wirklich richtig viele Star-Punkte bekommt. Und trotzdem hat dieser Kandidat hier leider auch keine Information, wie viele Pokale er hatte. Trotzdem hat dieser Kandidat mit dem alten Star-Punkte-System 2421 Star-Punkte bekommen. Und ich muss sagen, mit dem alten System so viele Star-Punkte zu bekommen, ist wirklich echt andere Liga. Ihr wisst es, Freunde, das ist wirklich echt ziemlich, ziemlich stabil. Und ich muss sagen, Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Kandidaten, der diese Star-Punkte bekommen hat. Hier mal einer, der auch ganz solide dabei war. Ich muss sagen, er hat hier dazu geschrieben, dafür, dass ich nicht gepusht habe, 260 Star-Punkte zu bekommen, ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich ehrenhaft. Ihr wisst es ja, aktuell ist es so, dass man für bereits 1500 Star-Punkte sich eine Megabox holen kann. Und bereits für 500 Star-Punkte eine große Box. Und ich meine, er hat hier, ohne zu pushen, sich einfach mal eine halbe große Box erspielt. Was auf jeden Fall richtig, richtig nice ist. Ich meine, dazu sagt man halt nicht nein. Der nächste Kandidat, Freunde, der hatte am Ende der Saison über 24.000 Pokale. Und was ihm 24.000 Pokale eingebracht haben, seht ihr jetzt. Und zwar fast 6000 Star-Punkte, Freunde. Oh mein Gott, das ist sowas von krass. 6000 Star-Punkte. Ihr könnt schon richtig krasse Skins für 10.000 Star-Punkte bekommen. Und hat einfach mal mit einer Saison über die Hälfte dieses Skins sich erspielt. Das heißt, mit zwei Saisons hat er einfach mal einen so neuen Skin raus und kann sich dann einfach mal gönnen. Richtig krasse Sache. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Aber es war noch nicht alles, Freunde. Der nächste Kandidat hat auch leider wieder seine Pokalanzahlen nicht dazu geschrieben. Er hat hier am Ende der Saison 2640 Star-Punkte bekommen. Was auch auf jeden Fall ziemlich, ziemlich solide ist. Und ich muss sagen, Grüße gehen an der Stelle raus. Ich würde so schätzen, vielleicht hat er so 18.000, vielleicht auch so 17.000 Pokale bekommen. Das ist tatsächlich, wenn man nur so einen kleinen Ausschnitt sieht, immer nicht so ganz erkennbar, wie viele Pokale die Leute wirklich am Ende der Saison hatten. Weil man kann halt auch ein paar Brawler richtig hoch pushen und viele Brawler wenig pushen. Bekommt man trotzdem relativ viele Star-Punkte am Ende der Saison. Aber Leute, die Crème de la Crème kommt jetzt erst. Ich habe jetzt hier zwei Gameplays für euch vorbereitet. Und zwar haben wir als allererstes den lieben Landi mit dabei. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ihr findet den Link zu Landi in der Videobeschreibung. Ist ja auch ein deutscher Brawler, ist das YouTuber. Deswegen schaut gerne mal bei ihm vorbei. Er postet in meinem Video, wie viele Star-Punkte er am Ende der letzten Saison bekommen hat. Und hier zeigt er euch, wie viele Star-Punkte er für 23.000 Pokale bekommen hat. Und zwar ist das richtig, richtig krass. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit seinem kleinen Ausschnitt. Und schauen wir mal, was wir bekommen. Ich weiß es selber noch nicht. Das wird jetzt... Ich habe 3.000er Leute gehabt. 3.000er. Wir haben jetzt schon 900... Oh. Da bin ich gespannt. Komm, komm. Gib mir Gimme Gimme. Oh, diese Sound... 6.880 Leute. Insgesamt waren das jetzt bei Landi fast 7.000 Star-Punkte. Was auf jeden Fall unnormal krass ist, Leute. 7.000 Star-Punkte hat hier Landi fast am Ende der Saison bekommen. Und das ist halt wirklich komplett crazy. Jetzt gerade habe ich nochmal gemerkt, dass ich vielleicht bei den einen oder anderen, die hier ihre Season-End-Rewards gepostet haben, vielleicht ein bisschen falsch geschätzt habe, wie viele Pokale die hatten. Aber ich meine, darum geht es ja auch nicht hier in diesem Video. Es geht ja hauptsächlich darum, dass ich euch zeige, wie viele Star-Punkte man wirklich am Ende der Saison auch einfach mal abräumen kann. Aber, Freunde, ihr fragt euch jetzt Clash Games. Im Titel hast du stehen, so viele Star-Punkte bekommt man für 30.000 Pokale. Und jetzt haltet euch einfach mal fest, Freunde. Denn der liebe Ash, mit dem ich vor ein paar Tagen, beziehungsweise jetzt vor knapp einer Woche ein Video hochgeladen habe, der hat mir hier sein Video geschickt, wie viele Star-Punkte er für 30.000 Pokale bekommen hat, Freunde. Also haltet euch jetzt fest, wenn ihr wissen wollt, wie viele Star-Punkte man einfach mal für 30.000 Pokale bekommt. Ich würde sagen, gönnt euch. Alter, einfach mal fast 10.000! Fast 10.000 Star-Punkte hat hier Ash am Ende der Saison bekommen. Ihr wisst es, wie gesagt, noch mal die kleine Information. Ash war Platz 1 der Welt. Und ja, das ist halt einfach mal komplett crazy. Er hatte über 30.000 Pokale. Und das ist halt wirklich komplett eskaliert bei ihm. Übrigens, es wird die nächsten Tage noch mal ein Video mit Ash kommen, wo wir noch mal ein bisschen zusammen Pokale pushen und auch mal gegeneinander spielen. Freut euch auf jeden Fall schon mal da drauf. Auch zu Ash findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, an der Stelle war es jetzt hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Brawl Stars Video. Euer Clash Games. Und ciao. Ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017